Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Start einer neuen Filmreihe, die ich jetzt hier besprechen werde. James Bond ist durch und weiter geht's mit Mission Impossible und natürlich mit dem ersten Film. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Ja, Mission Impossible 1. Ich liebe diese Filme. Auch sehr gute Spionagefilme. Ja, selbst der letzte hat mir sehr gut gefallen. Dieses Jahr kommt der neue. Der Trailer sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich glaube, Anfang August kommt er in den Kinos. Und ja, wie gesagt, jetzt hier Mission Impossible 1. Hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wirklich sehr, sehr lange. Mir ist auch aufgefallen, dass ich die gar nicht auf Blu-ray hatte. Mein Gott. Hab mir dann nochmal diese Box gekauft, wo alle drin waren. Weil ich glaube, die kriegt man jetzt spottgünstig. Ich glaube, ich habe nicht mal 20 Euro bezahlt für alle Filme, obwohl ich die letzten zwei oder drei auf Blu-ray hatte. Aber es macht den Kinos auch nicht mehr fett. Erscheint ist, glaube ich, auch nochmal in der Steelbook Edition, die eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Ich glaube, in 4K sollen die auch nochmal rauskommen. Und ja, wie gesagt, ist ja meistens immer so, wenn der neue startet, kommt das alte alles nochmal raus. Aber wie gesagt, jetzt erstmal hier Mission Impossible 1. Worum geht's in diesem Film? Ja, wir haben hier den IMF-Agenten Yves Hunt dargestellt von Tom Cruise. Der, ja, zum Anfang, ja, er kriegt einen Auftrag. Und ja, der geht schief. Sein ganzes Team wird getötet. Und er wird sozusagen als Sündenbock dargestellt. Nicht als Sündenbock, als ob er der Verräter ist. Und wird dann gejagt von seinen eigenen Leuten. Und will halt seine Unschuld beweisen, dass er damit nichts zu tun hat. Das war es eigentlich auch schon. Mehr will ich gar nicht zu der Story weiter erzählen. Film. Ich war sehr überrascht. Tom Cruise, sehr, sehr jung in diesem Film. Ich wusste gar nicht mehr, dass der Film schon so alt ist. Das ist ja, weil er von 1996, ja, 22 Jahre her. Ja, ich war, hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, dass es schon wieder so lange her ist. Dieser Film ist für mich, ja, perfekter Spionage-Agenten-Film. Muss man einfach mal so sagen. Ich finde den Film sehr, sehr genial. Wir haben hier eine perfekte Spionage-Geschichte. Wie gesagt, mit diesem Verrat, hin und her, wer es wer. Dann gibt's ja, wie gesagt, wir haben hier den Mission Impossible. Ist ja immer mit diesen Masken. Das wird ja auch ziemlich oft dargestellt. Und, ja, einfach super gemacht. Es ist, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Dieser Film ist super. Perfekter Spionage-Film. Er hat alles. Verrat, Liebe, Freundschaft, Feindschaft. Man weiß nicht, wie man trauen muss. Sehr coole Action-Szenen. Diese eine Szene ist ja auch legendär hier, wo er sich dort im Hauptquartier abseilt, um an diesen Computer zu kommen und nicht den Boden berühren darf und so weiter. Wie gesagt, die ist ja diese, wo sich so wohl von der Decke hangeln lässt. Legendär, diese Szene eigentlich. Ja, die ist, ja, die ist einfach legendär, muss man sagen. Der Film hat ein perfektes Timing zwischen Action-Szenen und weniger Action. Also, das passt so perfekt. Perfektes Timing einfach, muss man sagen. Ich wusste auch gar nicht, ob der Joe Renaud dort mitspielt. Ja. Das einzige Negative an diesem Film muss man sagen, dass die Effekte ein bisschen schlecht gealtert sind. Also, da, die sind nicht ganz so gut. Da gibt es ja diese Szene mit diesem Zug nachher, die auch sehr, sehr geil inszeniert ist auf jeden Fall. Die Action sind, ist immer, das ist auch bei jedem ein bisschen unmöglich, dass die Action sehr gut in Szene gesetzt wird. Aber hier sind die Effekte so, naja, wie sagt ihr, ist von 96. Sie sehen noch gut aus, aber ich glaube, in 4K sieht dieser Film furchtbar aus. Ja, ist ja immer desto schärfer das Bild. Und manchmal sehen die Action-Szenen von damals schlechter aus. Es ist einfach so. Ja, mehr will ich euch gar nicht dazu sagen. Der Film kriegt von mir eine 5 von 5. Für mich der absolut, ja, ein perfekter Spionagefilm. So muss ein Spionagefilm sein. Äh, ja, perfekt. Man weiß auch gar nicht wirklich, wer wie was. Das ist wirklich auch, ja, sehr, sehr cool. Der ist cool. Ja, sehr, sehr guter Film. Einfach Punkt. Punkt und aus. Schreibt mir in den Kommentar, wie ihr den Film so findet. Und, ja, demnächst geht es dann weiter mit Teil 2. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.